Ich habe die Chance beim Schopf gegriffen und 7.500 Dollar angezahlt. Du bist der Letzte der Familienväter. Mark! Clark! Das ist Bill, Sir. Sind Sie der Mensch, der in einer kalorienfreien Getreideflockenglasur arbeitet? Yes, Sir. Ich muss eine Rede vor Unternehmern halten. Ich würde das gerne erwähnen. Schreiben Sie bis heute Abend ein paar Erläuterungen dazu. Mit Vergnügen. Allgemein verständlich. Nicht dieses blödsinnige Fachchinesisch, das niemand versteht. Yes, Sir. Oh, Mr. Shirley. Wir haben kürzlich Ihre Weihnachtskarte erhalten. Meine Familie und ich, wir fühlen uns sehr geschmeichelt, dass wir bedacht wurden. Firmenkarten. Vergessen Sie den Bericht nicht, Bill. Yes, Sir. Danke. Frohes Fest. Frohes Fest. Frohes Fest. Frohes Fest. Faul ist fett. Fett und faul. Froh, faul, fett. Sie mich auch. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.